Dieses Jahr halten Sie eine Laudatio. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ist das auch Ihr persönlicher Lieblingskünstler? Wir haben einen Film gemeinsam gedreht und haben uns da befreundet. Wir verstehen uns gut und es ist ein Mensch. Ein Mensch, ein wirklicher Mensch. Kein eitler V. Untertitelung des ZDF, 2020